Heyo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenspiel, würde ich mal behaupten. Wir spielen eine Runde UNO mit der Crazy Family. Sagt mal Hallo. 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 Konnichiwa. Okay, es geht ja schon gut los. Wir steigen auch gleich ein, würde ich sagen. Spiele UNO, wer muss denn hier auswählen? Ich habe dich schon eingeladen, du musst nur annehmen. Hab ich doch. So fängt es gut an. Ich habe angenommen. Du bist nicht da. Ich lade nochmal ein. Ja, lad mal ein jetzt. So fängt es gut an. So, UNO spielen. Partyeinladung nicht verfügbar. Nur der aktive Spieler auf dieser Konsole kann berücksichtigt werden. Was? Was? Sollen wir das Let's Play einfach nochmal neu anfangen? Was ist denn das jetzt? Was für ein aktiver Spieler? Ich gehe ganz kurz was zu trinken holen. Ja, mach mal. Was denn für ein aktiver Spieler? Wollt ihr mich verarschen? Patrick, du kannst doch anfangen als Let's Play. Ja, normal. Du hast ja auch den falschen eingeladen. So, jetzt kannst du einladen. So. Du hast keinen angeschlossenen Controller gefunden. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Oh, Freunde der Nacht. So. Party zum Spiel einladen. Ja, da kommt er doch. Ja, da kommt er doch. Oh. So, jetzt habe ich ihn aber angenommen, oder? Jetzt hab ich ihn aber angenommen. Nein. Noch nicht. Jetzt. Oh Mann. Was ist denn das für eine Kacke? Warte mal gerade. Heute ist ein typischer Montag. Nee, heute ist irgendwie ganz komisch. Boah, nein, noch nicht. Sarah, hättest du das vorhin mitbekommen, hättest du gesagt, ja, definitiv. So, jetzt bin ich. Du weißt, dann bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja. So. Der Team hatte Schwierigkeiten alleine schon mit dem Ton. Er hat gelabert, aber keiner hat ihn gehört. Ja, ey, das war ätzend, ey. Okay, so, wir spielen eine Runde, Uno, oder zwei, oder drei. Oh, Akani, ich werde dich so platt machen jetzt. Warum fühle ich mich gerade angesprochen? Wieso Akani? Ich habe Akani gesagt, ich habe nicht Sarah gesagt. Fängt ja gut an hier. Bin ich mit einverstanden, Sarah? Ich krieg's nur von ihm, ne? Ach, der ist Afga. Hallo? Der ist Afga. Ja, stimmt. Hallo, was ist denn jetzt los? Geht's noch? Tja, du wolltest mich? Hier hast du mich. Ha. Nein! Da kannst du mal sein. Da hat wohl jemand rot gehabt. Da hat wohl jemand rot gehabt. Sarah, bleib bei rot. Din, 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 din. Ja, die Musik ist wirklich classic. Din, 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 din. Oh Gott, da, mit der Kopfheder und hat die ganze Steck in der Hand. Ja, tauschen nur. Ist mir wurscht. Äh, was mach ich, was mach ich? Äh, ich mach so. Oh, das ist so mies jetzt. Und der kann ja dich anfechten. Kann ja dich anfechten. Ich glaub, du hast keine Rote, also von daher passt das. Selbst schuld, wenn der AFK geht? Ja, ne? Ja. Besser hätten Bot auch nicht gespielt. Aber ich bin mal nett zu ihm. Da fliegt's raus. Da fliegt's raus. Was ist denn das jetzt für ein Kasper? Was ist denn das für ein Kasper? Das ist ein Bot. Der hat interessante Karten. Der Bot auch. Blau und ne plus vier. Äh, ja. Ne, das waren die von Gaming. Nein, ich mein, der Bot. Achso. Das sind ja Sarahs alte Karten, ja. Die weiß, äh. Ich bin ja da. Sorry. Soll ich mich einladen? Okay, du hast bestimmt den Lobby nicht öffentlich gemacht, oder? Natürlich nicht. Boah. Aber wie's aussieht, verlieren wir eh. Ey. Na, okay. Na. Scheiße, erdblau. Nimm sie und steck sie dir sonst wohin. Ich hab die alle gestunkt. Oh ja, genau so lief ich das. Tschüss. Wie dir ist nur noch ein Schönen guten Tag. Ach, hört, ich bin schon da unten. Wir wollen deinen Zuschauern auch was bieten, deswegen hast du jetzt gewonnen. Achso. Hätte ich keinen Aussetzer bekommen, dann hätte ich bloß zwei reindrücken können. Das Ganze zu mir kommen, dann spielen wir Rocket League. Ah, ich wollte ihn grad einladen. Du, 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 du. Geh mal raus. Oh, ich weiß noch nicht, was ich gerade zockne. Rocket League. Ich bin ja für Rocket League. Ach, Wobbel. Er hat alle anderen gestunkt. Mh, 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 mh. Kannst du, Wobbel, schöne Grüße bestellen, wir sollen uns mal wieder entstummen. Achso. Du, äh, du hast alle anderen gestunkt, kann das sein, Wobbel? Ja, ich hab, ich hab alle anderen gestunkt. So sieht's aus. War Akami, lass mal jetzt von einem Spiel raus. Weil ich nur Rocket League spielen wollte. Richtige Drecksau. Achso, da, da, da willst du den Uno Rage nicht mitbekommen, da willst du. Ganz genau, ganz genau. Richtige Drecksau, Alter. Ach ja, die beleidigt mich halt an einer Tour, besonders andere. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Warum eigentlich, warum ist das wie das? Soll sich verpissen, der soll seinen Leuten den Arzt abwischen gehen und die Windeln wechseln gehen. Du weißt, wie was aufgezeichnet wird, ne? Was für ein Wiss. Oh, sorry. Ja, ich wollte, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ein bisschen Werbung für die, äh, äh, Crazy Family machen, aber, äh, gut. Liebe Leute, es tut mir leid, dass ihr gerade vor ungefähr 45 Sekunden so einen langen Piepston hattet. Genau. Der Sarah Syntex hat damit angefangen. Hier darfst du mal legen. Komm, ich bin ja nicht so. Wir werben natürlich, auch hier bei uns in den Let's Plays, werben wir dafür, wir sagen genau das, was auch die ganze Politik sagt und was alle sagen, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Patrick, du bist dran. Ja, Mann, ich muss mir erstmal, ich war gerade geschockt. Wovon? Die, 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 die von der Musik hier, von der Hintergrundmusik. Nein, Photoshop. Sag mal, Herr, Andy. Aber du bearbeitest, du bearbeitest halt noch nach, ne, dass du da wirklich schlecht einen Piepston rüberlegen kannst, ne? Ja, ja, mal gucken. Mal gucken. Ich seh's schon kommen, diese Hasswirtschaften bei Facebook. Ihr habt ja keine Namen genannt, oder doch? Habt ihr keinen Namen genannt? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber ich hab hier selber eine Gefällt-mir-Seite als Syntex. Und ich hab hier auch einen YouTube-Channel. Ja, grau, sag weiter. Ach, hast du? Ja, also jetzt mal ganz kurz zu, wenn ihr Bock habt auf Let's Plays oder irgendwie so Funny-Moment-Videos oder sonstiges. Dann guckt Kubiag Gaming. Oder ihr abonniert mich Syntex einfach. Wird genauso geschrieben. Viel Spaß. Jetzt bist du für Rocklink oder Ernst? Äh, ich mach mir erstmal gerade mit Linnigkeit zu futtern, dann bin ich vielleicht in halben Stunde vielleicht dazu. Also, ich weiß noch nicht. Ja, frag mal Syntex, wie lange er noch braucht. Natürlich, der, der die meisten Karten hat. André, wie lange brauchst du noch? Das Wechsel-Rocket League, frag doch gerade. Frag ihn mal, wie lange er braucht, um 15 Bindeln zu wechseln. Frag jetzt nicht, Mensch, Leute. Ich werde das unter euch, dass der Kinder kommt hier. Ich muss erst mal gucken, was für eine Farbe ich hab. Nein, Quatsch. Ich hab sie gesagt, nach der Runde kommst du. Nach der Runde kommt doch aber. Alles klar, alles klar. Jo. Gern geschehen. So, Leute, tut mir einen Gefallen, kräftig auf Abonnieren klicken. Der Junge hat's echt verdient. Ausnahmsweise mal. Oh, Kadi! Äh, ja? Du Sack. Mhm. Komm, tausch mit mir. Und was er euch noch nicht verraten hat, wenn ihr es schafft, bis Ende nächster Woche die 500 Abonnenten voll zu kriegen, macht er ein Gewinnspiel und verlost sein Fernseher und seine Xbox. Also weiter sagen, teilt es, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen da, wir freuen uns. Ach, wer wird denn schon rot, Mann? Ich? Das hast du ja nicht ausgewählt. Okay. Also, er meint jetzt hier den Syntax, ne? Also nicht mich, äh, nur mal so als Info. Link ist in der Beschreibung. Jo, viel Spaß. Damit kannst du lockern UNO legen, mein Kollege. Ja, ja, sofort. Was ist denn los mit dir? Ach, scheiße, das mit dem dazwischenlegen hab ich mich gerallt. Fick die Dicken. So, du spielst schon mal nicht. Ach, fick die Dicken, ey, Mann, das ist nicht normal. Ich brauche schon mal nicht. Gebt das wieder los. Hab ich auch. Hast du auch so eine? Nein, leider nicht. Oh, no. Ich weiß, welche Farbe er hat, aber ich sag's euch nicht. Sarah, weil ich es auch. Pass auf jetzt. Das ist doch so klar. Danke. Oh, die reiche ich nicht. Ja, super. Hier, zieh mal. Äh, ja. Ich muss die loswerden. Nein, muss die loswerden. Akari ist der farbenblind. Wer bei Farben so lange überlegt, der kann auch farbenblind sein. Musst du nicht loswerden. Oh, Akari. Kleiner Pisser. Geht mal auf gelb. Warum? Weil's Spaß macht. Fecht ist an. Uno, uno, uno. Mach mir Spaß deine Sorge. Uno, uno, uno. Ey. Oder zwei. Oder zwei. Vielen Dank. Danke. Sarah darf's noch mal, weil ich so nett bin. Mhm. Ich darf's noch mal. Ja, ein bisschen mal Stress reinmachen. Ach, das ist doch kein Stress. Außer für Patrick anscheinend. Nö. Alter. Ja, super. Ja, jetzt seid aber hart drauf, wa? Ich weiß. Was auch. So, so. Ja, gibt immer ein bisschen mehr Farben. Das ist nun auch wieder nicht. Hier, guck mal. Hier, guck mal. Oh, danke. Hier, guck mal, ist geil. So, es sind jetzt das sauerende. André. Ja. Was das so lange dauert. Ja, ich krieg das Uno nicht hin, Mann. Lass mich dumm, Junge, doch mal. Ja, du bist doch echt zu dumm für Uno, Alter. Merkst noch was? Lieber zu dumm für Uno, als wie zu dumm, um eins und eins zusammen zu zählen. So dumm bin ich ja auch nicht. Falls du das jetzt auf mich bezogen hast. Lieber dumm wie hässlich. Ich kann auch schlau werden und lernen. Du bleibst dein Leben lang hässlich. Ah, Mist, sie hat's gemerkt. Aber du ziehst auch zwei mit. Da, ich war's beiseite. Ich beeil mich ja schon, ja. Nee, ach Quatsch, die willst du gar nicht. Auch nicht besser als deine. Stimmt genau, die will ich nicht. Kriegst du meine? Die sind genauso scheiße. Die hat uns heute richtig lieb, ne? Oh no. Rich verdient alleine für dieses... Oh no. Oh no. Nichts mehr, Uno. Ich spiel jetzt ein bisschen besser. Also, Bälle fehlt eins. Oh no. Ey, Ralf, sag ihm mal, das ist unfair, weil ich bin jetzt gleich fertig. Und bitte was? Oh no. Oh no. Er kommt auch zu nichts hier. War das unfair? Fuck, der hat schon wieder gemerkt. Das gibt's doch nicht. Ich vergesse ständig, Mann. Ich weiß nicht, Mobi. Ach, der ist schon wieder. Ja, naja, ich hab ihn entstummt, ja. Ich hab gesagt, das ist unfair. Wir sind jetzt gleich fertig. Ja, und? So wie du ziehst auf jeden Fall. Dass ich jetzt Battlefield spiele. Hast du Battlefield? Ja, jetzt so ist es noch länger. Hast du Battlefield? Nee, hab ich nicht installiert. Oh no, wir kacken. Ja, ich spiel' bloß ne kleine Runde. Aber wenn du jetzt Battlefield 1 hättest, da war ich auch dabei. Also, wenn du es schon installiert hättest. Na ja. Ja, du hast es ja mit Sicherheit. Geht's noch? Auf jeden Fall. Ja, hallo. Ich konnte mir nicht mal die Karten angucken. Nee, mach mal nicht. Scheiße. Ich hab ja nicht gemerkt, wenn ich das war. Wobbel, wobbel, wobbel. Nein, du konntest nicht mehr sagen. Ey, was? Wo ist denn? Ey, nix rot. Ah, du Penner. Keine Sau hat rot, Mann. Bin ich doch gar nicht. Ich hab wenigstens noch einen Schlafplatz als Penner, ne? Alter, das ist unfassbar. Und du lach nicht. Nein. Ich war trotzdem. Fecht an, fecht an, fecht an. Ja. Ja, dann fecht mal schön. Warte ab, warte ab. Nein, ich drück immer die falsche Taste. Wobbel, hast du heute noch einen frei oder musst du nachher nochmal? Nein, ich habe frei. Viel Spaß. Oh, deine Gefangenen besser als meine. So, wolltest du eigentlich noch mitspielen, Sarah, oder? Ja, kommt drauf an. Es sind ja noch ein paar Runden. Irgendeine werde ich schon finden. Also, ich bin, äh, schon noch ein bisschen online, aber nicht mehr allzu lang. Mhm. Ah, okay. Oh. Ich habe die letzten Tage immer mindestens bis um zwölf gepennt. Das muss ich jetzt mal wieder abschalten. Ja, klar. Oh, gefällt mir nicht. Hier, hast du mal schöne Karten. Kannst du auch gerne wieder zurücktauschen, wenn du magst. Gemeinheit. Das ist anscheinend ein neuer Spielmodus, sondern ein Spielmodus, den ich noch nicht gespielt habe. Nein. Arschloch. Der hat doch einen Lack, ey. Bei so vielen Karten war das irgendwie klar. Aber ich muss trotzdem Vierer ziehen. Ein, Fünfer, Sechser, Sieben. Wow, der ist drückisch einfach. Wäre besser gewesen. Der kriegt Aggression, der Junge. Aufpassen. Aufpassen. Aufpasse. 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 Der Mannheimer Sack. Der Mannheimer Türk. Ja, kann ich. Darf's nicht. Oh. Ist kein Problem, ich bin eh gerade am Telefonieren. Komm, heil mich. Danke. Da. Okay, das ist ein scheiß Panzer. Ich muss hier weg. Alter, habt ihr es mal bald? Jetzt darfst du nicht. Pö. Pö. Yo. Die ficken mich hier übel mit Panzern. Tut es nicht weh mit so einem Rohr? Boah, ich wollte jetzt was sagen, wenn ich es besser kenne, aber... Schatz. Ey. Gib mir meine Karten wieder. Panzer eignen sich auch gut als After, Lena. Alter. Nee, blau ist blöd. Ich habe heute eine Reportage. Ich habe heute eine Reportage auf Facebook gesehen. Da hat einer... Komm, fängst du an. Ja. Strike. Ja, pass auf. Ich habe heute eine Reportage auf Facebook gesehen. Da sind Leute, die lieben Objekte und leben ihre Sexualität mit Objekten aus, Alter. Da hat der eine Lokomotive, mit der der ins Bett geht. Da hat der sich den größten Traum erfüllt. Meine Aufnahme läuft noch, ne? Nur so als Info. Ja, ich erkläre doch nur, was ich heute gesehen habe. Ja, das ist ja gut. Meine Güte. Ja, nee, sag. Hast du Angst, dass ich dich hier gerade oute, oder was ist los? Nö, alles gut. Ja, ja, komm. Warum kommt der denn von der Seite? Vor allem die Sannis. Hier sind drei Sannis in meinem Umkreis und keiner kommt zu mir. Alle rennen sie weg von hier. Das ist ein generelles Problem. Viele von den Supporteren, die checken ihre Aufgaben nicht. Ich spiele einfach wieder Speer und dann ist alles gut. Du hast keinen Bock auf Rocket League, oder? Nee, ich habe so... Jetzt haben die auch Bärter. Ich? So, ich muss schon wieder ziehen. Das war Tennis, normal. Ich? Upsi. Upsi, Akani. Würde dich anfechten. Alter, nein! Das ist doch ein Sack, ey. Egal. Liegt deine Herzen. Ich brauche es. Raus. Ey. Gern geschehen. Sie jetzt schon, dieses Spiel wird niemals ein Ende haben. Mal wieder. Wie war das letztens? 85 Karten auf der Hand? 84 Karten auf der Hand. Das ist doch nicht euer Scheiß. Ja. Gebt mehr, kann man mehr. Bisschen hier abgleichen. Ausgleichen. Na, ich spiele mal Sturmsordat. Mal gucken. Hellriegel ist da. Alava ist da. Tschüss Junge, ich komme gar nicht mehr klar. Sie ist das Beste auszuwählen. Sie sitzt an der Ball. Tschüss Junge. Wo bist du mein... Ah, so gedacht. Ist richtig. Sonnenlicht. Ich suche dich und misse dich. Ach, ich darf auch mal mitmachen. Das ist aber nett. Alter, sonst hätte ich ziehen müssen. Du bist im Recoil, Digga. Ach komm, ihr habt mit zum Recoil. Mama, hast du gehört? Ich bin im Recoil. Alter, du kriegst selbst vier Karten. Ich weiß. Das ist geil daran. Habt ihr es? Gleich. Scheiße, falsche Taste. Mann. Oh, der war ja auch ein Engel. Tschüssi. Tschüss. Ja, da kriegt sie gleich noch mal eine drauf gebrummt. Bam. Die, 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 die. Und du auch. Oh, sehr schöne Karten. Ja, gerne, hermit. Warte. Danke. Danke. Du blöde Kuh. Wir flankieren uns. Wir machen was, wir flankieren uns. Alles Taktik, meine Freunde, alles Taktik. Okay, du willst Stress schieben? Dann schiebt mir Stress. Ja, ha, ha, ha. Unders Taktik, du sollst Sätze schon sein. Lockere mit Unders Taktik. Wsosch Unders Taktik. Wir machen uns, bis zum Sch reciben. Unders Taktik. Unders Taktik bereits an Madaneni. Unders Taktik. Unders Taktik.